was geht leute willkommen zu einem neuen video ich hoffe du bist wieder mit dabei leute ich bin krank aber ich habe was geiles hier ihr wisst ihr alle kennt ihr alle schere stein papier ihr wisst ja papier schlägt schere stein schneidet papier blatt übernimmt stein auf jeden fall haben wir hier und dann steht da wie viele leute wie ich gedacht haben also die gleiche antwort angegeben haben es eigentlich ein interessantes spiel und jetzt papier jetzt steht hier schere ist schon vorgegeben gerade ich weiß nicht mal wie man auf englisch so alles auf englisch weiß man wie man eigentlich schreibt auf jeden fall da haben wir das jetzt auch viele leute haben so wie ich gedacht okay jetzt schere fire diamond or hammer anything get creative kannst sie alles was du willst zum beispiel ich würde jetzt jetzt allgemein jetzt sage ich mal rock der rock wieder war sollte noch mal machen stein funktioniert nicht warum auch immer machen wir halt diamant so und diamant ist dann die richtige antwort diamant okay schlägt schere ja so funktioniert es auf jeden fall ist etwas interessantes kannst du einen kreativen freien laufen nehmen so ist auch mal was interessantes dann würde ich sagen leute abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da und leute ich bin sehr auf instagram und tik tok aktiv könnt ihr auf jeden fall da vorbeischauen ich habe neu mit tik tok angefangen habe schon zwei sachen gepostet und auf insta könnt ihr mir auch folgen da bin ich jetzt auch aktiv ist mein persönliches blog ist nichts so krasses jetzt was ich da mache sondern einfach nur so draußen zwei zuletzt war ich Döner essen aber das gepostet leute könnt mir gerne folgen ich war Döner essen wie gesagt richtig geil hat gut geschmeckt bei mydonos auf jeden fall ja folgt mir einfach auf tik tok und instagram ist alles unten verlinkt so wir machen weiter was besiegt diamant hier haben wir die antworten was wir davor gemacht haben ich würde jetzt bei diamant würde ich was machen was kann diamant besiegen kann ein hammer vielleicht diamant besiegen nein falsch ein diamant mit einem hammer ist ein bisschen dumm irgendwie habe ich jetzt irgendwie ich fühle mich ein bisschen dumm jetzt aber egal so leute sind wir wieder bei diamant ich würde jetzt einfach mal lava eingeben das kann alles besiegen oder yes gegen lava aber was besiegt jetzt lava oh shit das meine ich deshalb das heftigste jetzt lava lava tsunami Tsunami nein das geht nicht oder weil lava Tsunami oh das ging Tsunami where is our way the lava it's like natural way of seeing cool off ok krass also hat funktioniert auch geil aber was besiegt jetzt Tsunami ich bin schon viel zu weit gegangen ich würde jetzt schreiben erde earth beat tsunami hat geklappt ok mir fällt nichts anderes sein aus dem grund ich bin jetzt schon bei erde ich bin schon zu weit gegangen erde was kann ich bei erde machen erde was kann ich bei erde machen sonne scheiße ich bin viel zu weit sonne sonne black hole scheiße ey was mach ich jetzt was mach ich jetzt was mach ich jetzt was mach ich jetzt ähm black hole äh galaxy man kann kein black hole mehr besiegen oder ja das geht nicht mehr black hole ja guck it's swallowed entire galaxy ultimate vacuum cleaner of the universe ah keine chance ach so ich kann mich eigentlich anmelden aber wir fangen wieder von vorne ach so ich kann auch mein eigenes kreieren äh darf ich zurück ok leute jetzt sind wir wieder hier ich würde jetzt mal hier zum beispiel stein hammer eingeben geht diamant ich hab vorhin einfach äh diamant gemacht ey also hammer schlägt diamant ähm ok zeigen wir hammer simple think simple äh ähh was kann ein hammer kaputt machen metal oder nein hä warum zeigt es mir zwei mal aah shit äh human hat auch funktioniert human beats rock messer yes ich wollte könnte jetzt auch ganz schreiben aber ich habe mich jetzt erstmal für messer entschieden messer äh was kann messer was was macht schnell messer kaputt eigentlich ist eigentlich auch völlig simpel jetzt fällt mir gar nichts mehr auf einmal ein während der aufnahme fällt mir einfach nichts ein messer kaputt machen messer metall würde jetzt eigentlich ähm 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 was kann es machen rock rock nein rock wäre jetzt stein wieder äh äh ich habe jetzt einfach rubin geschrieben leiter eingeben das geht auch leiter gehört aber ich wollte jetzt halt wegen feuerzeug wollte ich das machen ähm ich habe jetzt hier daneben auch direkt den übersetzer damit ich auch äh besser jetzt das wird jetzt als feuerzeug gezeigt oder als feuerzeug dann würde ich human machen weil wenn du das auf den boden wirfst wenn ein mensch auf den boden dann explodiert das ja okay funktioniert very weird human okay jetzt sind wir wieder bei mensch ich würde jetzt aber wenn ich jetzt gun mache dann weiß nicht was bei gun ähm nein ich will nicht kann machen ich mach mal vorkaar wo komme ich jetzt auf vorkaar ok an diesen alien von tv schon humans auf jeden fall leute das auch schon wieder mit dem video ich hoffe es hat sich gefallen ich wollte mal sowas geschütztes man während zu krank bin bisschen nachdenken bisschen spielen eigentlich aber ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht aber nicht aktiviert die glocke lasst eine bewertung und vergisst nicht leute tik tok und instagram ist unten verlinkt ja könnt ihr gerne folgen damit ich sagen